Achieved with CryEngine Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus und alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, für Playstation 5 sind wir unterwegs, ich hab Playstation Plus Premium für einen Monat geholt, aber ich werd's mir, wenn ein Monat abgelaufen ist, gleich wiederholen. Ist einige geile Spiele drin. Ja, der erste Teil von Crysis in Remastered. Es gibt ja alle drei Teile in Remastered, ich weiß nicht, ob alle drei Teile vorhanden sind. Ich hab erstmal nur den ersten Teil gefunden. Ich hab die mal kurzzeitig angezockt auf dem PC, aber nicht in Remastered. Ja, wollen wir doch mal reinschauen. Gut, dann wünsch ich euch viel Spaß. Hier spricht dr. Helena Hustenahl vom IAS berufs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Halten. Oh, Moment. Ich mach mal die Floppe. Aus. Was sehe ich nicht? Da oben. Okay. Okay. So. So. L2, ja, das ist L2. Ah, Mist, Alter. Naja, gut, ist egal, wir sind auf dem leichtesten Spiritkassgrad. Obwohl... Ja, okay, das ist jetzt ohne Schalldämpfer. Da haben wir mehr Money. Da haben wir mit Licht. Aber Licht ist auffällig. Sieht schon gut aus hier alles für die Optik, aber es wird nachher noch hell natürlich, ne? Dunkeln ist fast jedes Spiel nicht so schön wie, ähm, Hellen. Prophet, hier Estek. Hören Sie mich? Klar und deutlich. Wie sieht's aus? Mich hat auf dem Weg nach unten irgendwas erwischt. Ich hänge in den Bäumen fest. Okay, Estek. Halten Sie durch. Hilfe ist unterwegs. Hm. Ich hab ihn hier behalten. Ach so, mal gucken. Auch ein Schalldämpfer, ja. Ah, ist auch wunderbar. Ach so, dass ist die wieder. Oh, ist ja hier oben nochmal. Ich kenne das noch. Das kenne ich ja durch. Oh, ist ja hier oben nochmal. Ist das ein Tötner oder was? Wo ist er? Warte mal, haben wir gleich. Da oben ist er. Oder? Prophet, ich bin hier nicht allein. Was ist los, Estek? KVA Patrouille, vier Mann. Haben die sie gesehen? Negativ, aber sie kommen näher. Moment, da ist etwas. Estek, was ist da los? Adressantissima. Estek, Lagebericht. Jetzt. Der Herr ist mein Hirte. 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 Das wird ja auch nicht so brillen. Der Herr ist mein Hirte. Hilf mir. Nomad, Chester, helfen Sie ihm. Schnell. Los, los! Los, los! Na? Oh, schon geil auf Remastered. Ich habe auch einen neuen Fernseher. Den Samsung. Q80A. QLED. Oh, bitte. Eh. Was zum Teufel war denn hier los? Hörst du das? Mir gefällt das nicht mann. Ist schon geil aus alles, noch ein Remastered. Verdammter Mist! Chester, bitte kommen. Was ist mit Aztag? Er ist tot, Boss. Verdammt! Was zum Teufel ist da draußen los? Keine Ahnung, aber ich fürchte wir sind nicht allein hier. Was ist da los? KVA? Negativ, Sir. Hier liegen vier Koreaner, aber Aztag kann sie unmöglich getötet haben. Diese Typen hat was anderes umgebracht. Die sind übel zugerichtet. Okay. Erweisen sie ihm die letzte Ehre und gehen sie weiter. Wir treffen uns in der Landezone. Was ist mit Aztags, Sir? Sollen wir ihn einfach hier lassen? Negativ, ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Treten sie zurück. Verdammt. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Adios, amigo. Chester, sie nehmen seine Ausrüstung und verwischen unsere Spuren. Nomad, zur Landezone. Verstanden, Boss? Bin unterwegs, Prophet. Was zum Teufel war das? Oh, er wird langsam heller. Warten Sie, da vorne bewegt sich was. Umschalten auf Tarnmodus. Ach so. KVA-Patrouille, kümmern Sie sich darum. Aber leise bitte. Was mit der Lampe? Mal sehen. So. Energiekritisch. Kurz aufladen. Ich höre den natürlich auch erst rein. Ich weiß nicht, ob es auch 3D-Audio hat. Oh, Mist. Alter. Ist egal. Aufschluss. Jawoll. Da geht's. Ich will einfach den Feuermodus ändern auf Sturm. Obwohl, wir haben nicht viel Munition. Ne, wir haben nicht viel Munition. So, es wird aber immer ausreichen. Ah, es wird helller, ja? Cool. Moment, ich hab den JSOG-Satelliten verloren. Unsere taktischen Systeme sind ausgefallen. Die KVA muss irgendwo in der Nähe einen Störsender betreiben. Finden Sie ihn und schalten Sie ihn ab. Roger, Prophet. Bin unterwegs. Mal zum Strand. Oh. Oh Gott. Wir haben am Strand KVA-Patrouillen geortet. Benutzen Sie Ihr Fernglas bevor Sie den in die Arme laufen. Ja. Da ist eine große Sendeanlage. Das muss der Störsender sein. Und der muss weg, ne? Ups. Wir haben den... Moment. So. Das Fernglas so, ja. Das war jetzt aber alles noch relativ einfach. Aber das wird schwieriger noch. So wie ich es in Erinnerung habe, diesem Part. Wisse, die wissen schon Bescheid. Warum auch immer. Schlau sind sie auch noch. Eine Granate oder sowas? Veröffnet das Feuer! Oh, der fliegt um hier, du. Oh. Ich seh den Bastard nicht, Alter. Oh, ich seh den Bastard nicht, Alter. Ah, das ist das Auto. Das Huhn haben sie abgeknallt. Wenn man langsam geht, dann ist es länger. Das war am... Moment, wir sind blind, bis sie den Sender finden. War beim zweiten Teil auch so. Seht ihr das? Im blauen Bart mir anders dauert. Oh! Oh! Das ist aktiviert! Oh! Ah! Oh! 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 er generiert sich arbeit sind wieder online kommen sie zur landezone wir haben jetzt auch bock drauf vor allem neue kopfhörer steel series arctis 7 p plus neuen fernseher und das playstation 5 pad was wollen wir mehr dann noch in remaster und der baum fällt um als der erste teil früher rausgekommen ist war das schon was ganz besonderes moment haben sie es auch alles noch mal gemastert was haben wir für einsatzziele bringen sie durch den kontrollpunkt so ist hier wieder ein auto hoffen dass sich ein bisschen auf das spiel einlässt was ich ja auch möchte könnten wir es vielleicht sogar durchspielen was auch die die Der Bezug wird beschädigt. Sie stehen unter Beschuss in den Panzermodus. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Das Boot schon aufschießen. Den hab ich gehört. Also der Raumklang ist phänomenal. Saiko und ich sind unterwegs. Kommen Sie zum Treffpunkt, aber passen Sie auf. Der Feind hat sich tief eingegraben. Funktioniert auch hier. Der Raumklang, also in jedem Spiel wohl. Das ist Astrain, das die Serie ist. Ich mach da auch alle Videos mittlerweile auf dem PC mit. Energiekritisch. Da ist schon da drauf, so wie das aussieht. Viele Kontrollpunkte, das ist auch gut. Ah, so einen Raumklang gab's früher noch nicht. Boah. Alter. Haha. Muss mal ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Was das jetzt genau gewesen ist, weiß ich nicht. Ich hör sie schon. Ich hab ihn. Karenfeld aktiviert. Halt an. Energie kritisch. Maximale Jumperum. Tipp auch, meine Galle. Vorwärts. Oh, der ballert schon. Holzfäller. Boah. Karenfeld aktiviert. Mh. 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 Waffenwärtsel. Mh. 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 bei schlacht ich glaube bis dahin erholt sich das wieder da seine strich drin und gleich sind wir da aktiviert aktiviert da ist ein auto gestiegen maximale panzer flakieren aktiviert hallo mali hallo energie kritisch maximale panzerung mal sehe das ist auf dem leichtesten immer noch gar nicht so einfach mehr energie kritisch noch mehr kvh truppen sie kommen auf sie zu nicht aktiviert aktiviert nicht das aktiviert 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 jetzt nicht mehr von da hinten kommst du sollte in die arme laufen auf der östlichen halbinsel einen gefechtsstand infiltrieren sie ihn und suchen sie informationen über feindliche stellungen ich lade ihnen die koordinaten aktivieren sie den sprint modus auch du hast gar nicht mehr wie wir da hingekommen sind wir sind sie auf einen kontrollpunkt der kva gestoßen da kommen sie nur mit ordentlich feuerkraft vorbei besorgen sie sich ein paar granaten die 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 was ist hier los sie nähern sich jetzt einigen kvr-stellungen streichern sie sie mit kannaden uuuh da ist noch knapp Geht mal. Gucken, wo sie abgeht. Nomad! Kommen Sie sofort zum Treffpunkt. Hier ist etwas, das Sie sich ansehen sollten. Woher geht's denn Prophet? Kommen Sie einfach her. Sie würden es mir sowieso nicht glauben. Ben unterwegs Oh Gott eine Shotgun, ja genau, die sind gefährlich Da hinten ist das was? Ich kann einstecken Ja, die Shotgun wollen wir nicht, obwohl das eigentlich mal E-Benswaffe ist In den Shootern Ah, hier steht er dran ab So Hier war So Müssen wir, was war denn das Gelbe? Untersuchen sie den Gefechtsstand Ja, können wir noch machen Und wieder da noch, jetzt zurück bei dem Grün Und hier runter? Naja, das ist so Weiß ich nicht, also wir haben ja hier einen guten Doch, hier geht das Mit Panzerung Oh, das klappt So Na gut, dann machen wir das auch noch Da gibt's ne Trophy dafür Das ist auch der Schöne, die hat Trophies auf der PS5 Generell, aber Das Team glaube ich nicht Oh 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 Mist Granate weg, Mensch Oh Oh Nee Komm ein bisschen durch den Tüdel die Musik Wann nochmal Maximale Panzerung Ätzend So machen wir das Jetzt haben wir das Hm Ich glaube ich kenne das hier Hier kommt nachher ein Panzer glaube ich Wenn ich recht habe Das Sound wird ziemlich laut, aber ich könnte es ein bisschen leiser machen Für euch bleibt das aber so Ne Das ist da hinten Na gut Was soll ich das machen hier? Ja Ja Haha Ops Ups Shotrun Dissert Tierenfeld aktiviert Tierenfeld aktiviert Sie gut spielen mit dem PS5-Controller Sehr gut sogar Ich glaub das war's fast Tierenfeld aktiviert Da ist es los. Da ist es los. Sehen Sie sich die Terminus an. Greifen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zu. Tarnfeld aktiviert. Höhöh. Wenn man es einfach Tarnfeld aktiviert und er kann es ja ganz entspannt. Eine Zigarette machen. Neu-Hülse. Äh. Das ist schon bröselt, aber das kann mal passieren, dass der was reinbröselt. Ja, Moment. Muss ich mal vernünftig hinsetzen. Ich saß im Schneider-Sitz. Oh. Da ist was drin. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann werdet ihr auch gleich weiter schauen. Oder auch nicht. Aber ihr könnt das ja auch vor und zurück spulen. So, erst geht's. Das hat er verspielt. Gut. Gut. So, dann müssen wir an den Weg für das Tore. zurück. Was verstecken die Kerle? Es wird noch besser. Wie es aussehen ist General Kiong für die gesamte Operation verantwortlich. Wenn Sie dachten, dass wir den Spaziergang haben, Sie sich gehört. Kiong ist ein harter Brocken. Außerdem halten ihm seine Kiong herbeifte den Rücken frei. Sonst haben wir da. Doch, ich will die weghaben. Es gibt ja noch eine Trophy oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass ich da war. was ist denn hier los aber trotzdem noch mal hier lang der hat sich selber die luft gesprungen das ist auch für youtube gut dass er das für einen selber ein bisschen zu laut ist dann machen wir es ein bisschen leiser und für euch ändert sich nichts an der lautstärke 130 140 euro bei amazon von listenpreis 200 ist meistens ein preis gesend still serious arctis 7p plus also kann ich unangeschränkt jetzt empfehlen so müssen wir jetzt zurücklaufen viel weiter als hier habe ich auch nicht gespielt vielleicht noch den grünen vielleicht noch gemacht und dann war es das eigentlich auch wenn der shooter so zehn stunden oder zwölf stunden spielzeit hat weiß ich nicht viel viel ja dann können wir das auch entspannt durch zocken zwei folgen eine stunde du siehst hier gar nicht so arschloch wo war überhaupt der eingang hier in die olga man so gar nicht sehen ich glaube wir sind schon dran vorbei wo war jetzt hier der eingang hier ne weiß ich nicht wenn wir gleich wissen das hier war oder zurück dann nimmt dann das spiel natürlich nicht so in die hand auf dem map hat man das auch nicht so gut gesehen das ist doch alter kann sich ja richtig verlaufen hier ach so kann man doch an so ja und das bringt aber nicht viel wo seht ihr jetzt den eingang dahin ja gut wir gehen einfach mal das was aber was man gucken oh ja das ist für die schon alles sehr geil aus jetzt man die energie kritisch ist da hoch so schauen ja ist ja gut Mensch das ist wieder so ein part wo ihr dann vorspulen könnt aber das alles noch schneiden also ich hab noch nie ein video geschnitten und beschnitten bin ich auch nicht was ein glück so geht jetzt rein ja wunderbar moment ja ja Ein bisschen Arme aufgeschraubt hier am Stacheldraht. Der Ruf der Lustra. Der Ruf der Lustra. Der Ruf der Lustra. Der Ruf der Lustraht. Der Ruf der Lustra. Der Ruf der Lustraht. 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 Die Gegner haben wir schon mal im Gang. Sekundär müssen wir nicht machen. Es gibt auch Alan Wake in Remastered, bei Playstation Plus Premium. Alan Wake Remastered habe ich auch richtig Bock drauf. Erstens habe ich es natürlich früher gleich zu Release gespielt, auf Air Sports 360. So, wir haben jetzt 55 Minuten. Hier ist ein Kontrollpunkt, meine lieben Freunde. Ein sehr schöner Weg, finde ich. Würde ich sagen. War das die erste Folge Crisis Remastered. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß damit und Freude. Ich auf jeden Fall. Wir werden es durchzocken. Ja. Alles klar, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Und wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Vielen Dank.